Dann brauchen wir noch mehr Bäume. Also ich glaube, so viele Bäume brauchen wir gar nicht. Also wir hatten jetzt in einem Testlauf im Multiplayer, haben wir tatsächlich auch nur vier Bäume gehabt und die sind schon so dermaßen schnell gewachsen, dass wir da teilweise gar nicht gegen ankamen. Ich denke auch, dass das jetzt im Moment reicht. So, du brauchst da noch was, was machst du da? Krux. Du weißt, dass du auch so halten und ziehen kannst, diese Items? Ja, aber das ist mir egal. Ich arbeite gerne old-fashioned. Das ist ihm jetzt einfach mal egal. Ja, ich meine, ich habe es einfach nur vergessen. Oha. Ja, je nachdem welche... Warum habe ich jetzt Sticks gebaut? Ich habe jetzt geredet und habe schon mal prophylaktisch die Sticks nachgebaut, die du gerade gebaut hast. Ich sollte es mit dem Reden einfach lassen. Na, dann könnte es ja allerdings noch ein bisschen langweiliger werden. Ja gut. So ein Let's Play, ohne was zu sagen, ist irgendwie schon langweilig. Ein Letzschweigeminute. Letzschweigestunde, wenn schon. Wie bauen wir denn da eigentlich weiter? Ja, also ich würde mal sagen, so wie ich das hier sehe, bauen wir gleich als erstes mal einen Sifter. So eine Sieb, um herauszufiltern, dass wir Steinchen haben. Und aus den Steinchen bauen wir dann, naja, Cobblestone. Das beliebteste Material bei Minecraft ever. Ja, wenn man es nicht hat, vermisst man es schon irgendwie, ne? Ja. Und mal gucken, ob wir dann wieder einen Rune bekommen, das wir benennen können. Ja, das stimmt. Charlie ist jetzt auch weg. Tja. Das ist natürlich jetzt schon... Den müssten wir wieder rein importieren. Alas, Charlie, I hardly know the what. So, wenn du schaffst, auch nicht einen Baum wegzuhacken, ne? So, wenn du einen Baum wegzuhackst, stehen fünf neue da. Ich habe übrigens Leitern gemacht. Das kommt immer so plötzlich mit den Bäumen. Ich habe hier Leitern gemacht, die kannst du benutzen, um da hochzukraxeln. Hm. Da, da sind sie ja. Dann nehme ich mir die doch mal. Das Schlimme an der Sache ist, man hat zu viele Bücher. Du siehst in die Kiste rein. Schön. Jetzt ist er... Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du die an den Baum einfach so rein machst. Ja, aber da komme ich nicht so gut hoch. Und das war es dann auch schon. Warte, ich helfe dir runter. Haha. Da bin ich dir doch glatt zuvor ge... Da ist er wieder. Ich denke, das Ding jetzt gerade nicht, doch. Gut. Ich bastel hier einfach weiterhin erstmal ein bisschen Erde. Wenn die mal schaden. Wir werden ja gleich auch noch ein bisschen Erde brauchen, um die durch die... Durch die Sieb durchzujagen. Toll, jetzt ist der natürlich auch in der Abgrund geflogen. Es ist echt immer, sobald ich hier anfange, fliegt alles weg. Es ist... Es nervt. Er geht mit zu viel Elan an diese... Ja, ich glaube auch. Ich habe gesehen, er hat jetzt auch ein automatisches Sieb eingebaut. Also am Anfang wollte der das wohl irgendwie nicht. Und dann hat er sich ja extra Mühe gegeben, dass man es nicht automatisieren kann. Und dann irgendwie anscheinend hat er es dann doch gemacht. Hm. Aber gut zugegeben... Was ist der große Hintergrund gewesen, dass er kein automatisches Sieb haben wollte? Das ist wahrscheinlich so dieses... Ah. Dieses Oldschool-Feeling und so. Selber hacken alles. Muss schwer sein. Ich vermute mal, mit automatischem Sieb meinst du, dass man eben, naja, rechtsklicken muss. Nein, nein. Das ist ein automatisches Sieb. Du tust das Zeug rein, machst Strom dran und dann siebt das durch. Ah. Also schon vor. Ich meine, ich finde das eigentlich nicht schlimm. Sobald man Strom hat, ist man ja so oder so weit genug. Automatik siebt. Was haben wir denn? Laterne auf Paranoia. Aber zur Zeit haben wir ja so oder so noch nicht Strom. Oder solchelei Dinge. Guck mal, diese Laterne auf Paranoia macht automatisch Torches in Nichtbeleuchtung. Gut, egal. Gucken wir gleich mal. Wie gesagt, zur Zeit haben wir ja... Jetzt habe ich hier leider noch den Op-Modus an. Ist das Problem mit diesem Scheiß? Nee, ich muss mich, glaube ich, mal die op'en. Ähm, okay. Und zurück zu dem, was ich gerade sagen wollte, ist, wir haben ja zur Zeit so oder so noch keine Elektrizität und ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn es elektrische Siebe gibt. Das macht es ja nicht so einfach, denn man muss ja erstmal Elektrizität bekommen. Mhm. Äh, ist ja auch nicht so einfach. Also man kann es relativ früh bauen. Man braucht halt jetzt nicht so irre viele Sachen dafür, aber nicht direkt am Anfang. Was ja auch ein bisschen albern wäre. Man braucht halt so ein paar von den Ingwer-Ingots, die kriegst du halt aus Nickel und Eisen. Das ist jetzt alles nicht schwierig zu bauen, das kann man auch relativ zügig basteln, aber naja, halt eben nicht am Anfang. Gut, ähm, ich werde jetzt hier hinten, äh, die sind immer vier voneinander entfernt, ne? Eins, zwei, drei, vier, gut. Dann baue ich hier hinten jetzt eins, zwei, drei, vier. Ähm, ähm, was soll ich jetzt auf die Mama ausziehen? Und zwar, was ich hier gleich machen wollte und, ähm, was absolut notwendig dafür ist, dass wir uns gleich überhaupt mit unseren Sieben beschäftigen können, ist natürlich ein Baum, in den wir Seidenrauben setzen. Ja, wir können ja eigentlich die nehmen, die wir hier haben. Ja, aber... Ich meine, sowieso viele Bäume brauchst du ja nicht. Und dann können wir die halt einmal mit Seidenrauben beflastern, während wir irgendwas anderes Lustiges machen. Allerdings brauchen wir doch immer noch weiter Setzlinge, damit wir irgendwas haben, was wir hier in unseren, in unseren Kompostereinblatt haben. Wir haben ja aktuell nur noch sehr viele Setzlingen. Ach ja, okay, gut. Die sollen wir ja nicht für immer machen, nur einmal, da kommt ja schon relativ viel raus. Gut, lass die beiden Bäume jetzt hier mal stehen, dann, ne, dann infizieren. Okay. Ich setz dann hier nochmal neu. Da sitzt auch schon. Ach so, den, den hacken wir jetzt nochmal ab. Das ist ja kein echter Baum. Der simuliert ja nur. Ach, da kommst du gar nicht als Holz ran, ne? Weißt du, die Bäume wachsen so schnell, du hast das Holz noch nicht ganz aufgesammelt. Lass die dich ruhig mal alle infizieren, das ist doch okay. Alle? Ich wollte eigentlich den einen hier noch aufheben. Ja, wir haben ja noch Setzlinge genug, also daran sollst du nicht scheitern. Nein, das ist jetzt mein kleines Kind. Überhalten. So. Hack dir das hier einfach ein Stück, ja? Na, dann mach du. Ich bin ja dafür, dass wir einen Mob-Tower bauen. Ja, den brauchen wir später auf jeden Fall. Aber jetzt, ich infiziere jetzt einfach alle, einfach nur, damit es was schneller geht. Wir wollen hier nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tage sitzen und darauf warten, dass wir es, ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir zu wenig Seidenrauben. Und überhaupt, wir haben eigentlich von allem erstaunlich viel. Das ist halt dadurch, dass du im Multiplayer hier halt quasi instant diese Bäume kriegst, geht das natürlich alles auch erheblich schneller, ne? Singleplayer, bist du hier erstmal wieder eine Minute am rumtwirken, damit du wieder den nächsten Baum kriegst? Da ist wieder einer. Ich will nicht mal für den Regen. Man kann da Äpfel reintun. Ja, man kann alles kompostieren. Aber man braucht unterschiedliche Mengen davon. Und wenn du unser Essen wegkompostierst, dann ist das unter Umständen auch problematisch. Ja, ja. Kann man auch Leitern kompostieren? Alles, was du an Naturalien bekommst. Also Blätter, nasses Laub, Dannensapfen und so weiter. Bienenkörbe, Bleistifte. Bleistifte, glaube ich, wachsen nicht auf Bäumen. Hm, wer weiß. Ah ja. Jetzt bin ich mal gespannt. In der vorherigen Version hattest du ja immer diese Random Drops von Mobs, also wo dann so eine Tasche war mit irgendwelchen Sachen drin. Ob es die jetzt noch gibt, weiß ich nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Aber ich habe mir so ein total geniales Konzept für diesen Mob Tower überlegt. Also etwas finde ich generell interessant und spannend. Ich hatte ja auf YouTube ein Video gefunden, wie man einen Mob Tower bauen könnte. Aber das ist ja keine Tower gewesen. Das waren immer so Mob Tower-Streifen, sage ich jetzt mal. Und der hatte eine geniale Idee, beziehungsweise wahrscheinlich hat er sie nicht gehabt, der hat sie auch nur irgendwo gefunden. Und zwar diese Halbblöcke, die wir hier immer benutzen. Die sind zwar durchlässig für alles, also man kann ja auch durchschlagen oder sowas, aber sie blockieren Licht wie ein voller Block. Aha, das ist natürlich praktisch, denn dann könnte ich Monster transpornen und man kann sie trotzdem hauen. Das ist nämlich der geniale Gedanke dieses Mob-Spawners, den dieser Mensch hatte, dass du einfach so baust halt so einen Gang oder so einen kleinen Raum und machst halt unten drunter, machst du diese Halbblöcke und dadurch, dass die unten drunter sind, kannst du dann so von unten quasi durchschlagen. Die sind aber komplett Licht geblockt. Das ist ja unglaublich. Das ist ja faszinierend. Ich bin dafür, dass wir den irgendwo bauen. Holz haben wir ja. Wie viel Holz haben wir eigentlich? Genug. Oha, du warst fleißig. Oh, World Domination, das klingt auch gut. Diese Silkworms kann man ja auch braten. Hat sich aber herausgestellt, die stellen nur einen einzigen Hunger her. Das kann man also eigentlich auch lassen. Man kann sie doch, glaube ich, auch einfach so essen, oder? Nee, ich glaube, so geht gar nicht. Also ich nehme dir halt nur einen Hungerpunkt her. Du musst irgendwie zehn Stück fressen, um halbwegs satt zu werden und dann hast du auch sofort wieder Hunger, weil die keinen Sättigungswert haben. Verstehe ich nicht, bei so einem riesigen Wurm? Numpf. Ich habe ihn irgendwie noch in der Lunge stecken. Ja, wo meinst du, du könnten mal so, ich gucke halt mal, wo haben wir denn welche Biome hier? Ice Plane Spikes, Ice Plane Spikes, Ice Plane Spikes, River. Ice Plane Spikes. Ich glaube, das River wäre nicht schlecht. Dieses Ice Plane Spikes ist tatsächlich ein neues Biom, das mit 1,710 oder so dazugekommen ist. Und total selten ist. Das heißt, wir haben total Glück, dass wir jetzt da drin sind und all unser Wasser wird einfrieren. Na, das ist aber nicht so doll. Dann baue ich erst mal eine Landmine. Was? Nein, nein, keine Landmine. Ich tue nichts unbedingt. Das ist jetzt diese Laterne, ich muss das nicht wissen. Ich gucke gerade erst mal durch, was man eigentlich so alles mit dem Eichenholz, unsere momentanen Haupt, unsere momentanen Hauptressource so eigentlich alles machen kann. Ganz offensichtlich... Es gibt sehr viel merkwürdiges Zeug. Ja, ganz offensichtlich kann man aus drei Schwertern und drei Holzblöcken und einem, ja, Woodblock, also dem Kernblock davon, Wooden Spikes machen. Die sind im Moment nicht so schlau, ja, die sind im Moment nicht so schlau, dann die pieken einen ganz offensichtlich. Wooden Spikes, Tatsache. Ja, die klingen jetzt nicht schlau, aber man kann damit was ganz Tolles machen. Sie sind schlau gegen Gegner. Ich meine, sie wären im Moment nicht schlau, während wir hier zu zweit auf einer Insel rumhocken. Man kann die in den Mob Tower integrieren. Ja, deswegen, ich meinte, sie sind nicht generell dumm. Sie sind nur dumm im Moment für uns. Aber wenn ich sie jetzt auf den Boden legen würde, wäre das halt auch sehr lustig. Das ist wahr. Ich werde wahrscheinlich reinlaufen. Das ist wahrscheinlich so ein Neujahrs-Joke, den die sich hier so immer überlegt haben. Testen wir diese mal. Ja, funktioniert. Danke, das war super. Oh, man kann sie auch so seitlich hinhauen. Ah, oh Gott, das funktioniert. Das ist ja schön, dass sowas geht. Das macht ja auch Freude. Ja, die können wir halt in diesem Mob Tower benutzen. Dann können wir die Mobs vollautomatisiert töten und müssen hinterher nur noch das Loot einsammeln. Ja, das ist gut. Nahezu brillant eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. So, dann schauen wir doch mal ganz kurz nach. Irgendwas wollte ich machen. Thief. Ich lege jetzt mal eine Richtung fest. Ich gehe jetzt in diese Richtung. So, dann zählen wir mal ab. 25 Blöcke müssen wir weit weg sein. So, das heißt, wenn der Stapel jetzt zu Ende ist, dann sind wir auf einer ausreichenden Distanz. Ich habe ja kaum Höhenangst immer bei diesen Dingern. Die Schifftaste sind wieder krampfhaft festgehalten. Schlimmsten finde ich immer, wenn du dann halt irgendwie sowas baust. Und dann bist du an irgendeiner Stelle, wo du völlig vergessen hast, dass da ja gar kein Block mehr war und kriegst erst mal so einen halben Herzinfarkt. Das ist echt nicht gut. Ich erinnere mich da an eine wundervolle Falle, die ihr mal für jemanden gebaut habt. Die da nicht funktioniert hat. Weil dieser etwas unbedarfter Herr dann einfach drüber gerannt ist. Und die Falle, nun ja. Das hatten wir in unserem genialen Konstrukt nicht eingeplant, dass er einfach dran vorbeigeht. Aber er wäre nur 80 Blöcke nach unten gefallen. Das hätte er bestimmt überlebt. Das geht ja noch. In Lava. Die hatten wir, falls der Fall schaden. Man muss sich auch nicht mehr sicher gehen bei sowas. Mit brennenden Lava-Haien an den Seiten. Wo ist das Haie drin? Es gibt ja hier einen Walross. Mich würde ja brennend interessieren, wo wir gerade beim Thema sind, was das mit diesem Walross aus sich hat. Wofür genau hast du jetzt? Ach, da hinten soll der Mobspauler dran hin, ne? Genau. Ich sehe, du hast schon gesiebt. Ich habe noch nicht gesiebt, aber ich werde gleich sieben. Ich habe nur ein Sieb schon mal gebaut. Jetzt schwebt es in der Luft. Das ist ja wunderschön. Wenn du das näher ans Licht stellst, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Striper drauf sparen. Dann machen wir das. Kommt es nicht, Marianne? Ich werde mir auf jeden Fall jetzt noch mal so eine schöne Bodenplatte holen, damit das nicht ganz so hässlich aussieht. Denn man muss ja auch ein bisschen... Ja. Hast du schon gemacht? Ich dachte, ich lasse erst mal ausreden. Ich habe das Ding mal einfach mal tiefer gelegt in einem Versuch. Aber das ist tatsächlich so, dass gelegentlich dann mal Sachen auch unten rausfallen und die sind dann weg. Und das ist dann nicht so toll. Was siebt uns der Meister da zusammen? Hauptsächlich Stein. Wir werden sehen, was ich jetzt hier zusammensiebe. Ich frage mich, ob ich auch einfach einen Apfel sieben kann. Nein. Ich glaube nicht, nein. Aber es war ein Versuch wert. Es wäre natürlich witzig, ob ich die Samen aus dem Apfel raussieben kann. Wenn es einen Apfelbaum, den nur noch Äpfel schmeißt, wollen. Ich kann dir schon mal sagen, was ich bislang so rausgesiebt habe. Also neben den Steinen, die ich rausgesiebt habe, habe ich Karottensamen, Zuckerrohrsamen und einfach nur so Samen. Samensamen. Schaut nicht schlecht. Ich baue mir noch mal zwei Fässer, habe ich mir gerade überlegt. Und mache da viel draus, wenn ich nicht zählen kann. Weil wir ja auch noch andere Dinge brauchen. Niemals Leben für den Crucible. Auf eine Sache freue ich mich schon sehr. Und zwar, wenn ich anfangen werde, mehr Erde zu produzieren, vermittelt es eine Ressource, die unglaublich schnell wächst. Magical Crops. Das oder Zuckerrohr. Das oder Zuckerrohr. Magical Crops ist tatsächlich... Bei Zuckerrohr, da kannst du ja tausend Leute totschmeißen mit Zuckerrohr. Ja, also wenn man das noch automatisiert... Mhm. Also Magical Crops ist da auch sehr lustig. Das Problem ist, es dauert halt normalerweise ein halbes Jahrhundert, bis du deine ersten Crops mal so fertig hast. Mhm. Aber dafür gibt es hier die Gießkanne. Das ist ein brillanter... ein brillantes Objekt, mit dem man einfach Blumen gießen kann. Das ist quasi so, als ob du Bone Meal benutzen würdest. Ich hab mal abgezählt hier. Jetzt ist es wieder symmetrisch. Symmetrisch ist ja ganz wichtig. So. Und Tests haben ergeben, es ist eine unglaublich gute Idee, an diesem Mob Tower eine Wand außenrum zu bauen. Da soll schon mal einer nach hinten geschleudert worden sein. Ich mach mal die Bäumchen weg. Ja, das ist keine so schlechte Idee. Ich grübel gerade, was das eigentlich für ein Hammer ist, den man braucht, um... ähm... naja, zum Beispiel Cobblestone jetzt zu zerschlagen. Wir haben leider keine Sticks mehr. Ist das dieser normale Wooden Hammer? Ich hab ihn dir reingebaut. Es ist der normale Wooden Hammer, den ich gerade bauen wollte. Genau. Schön. Also funktioniert das jetzt wie folgt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich stelle einen Cobblestone auf den Boden. Dann nehme ich einen Hammer. Das ist korrekt. Und wir haben den Hammer auf diesen Cobblestone. Und wir haben Gravel. Auskommt Gravel. Den solltest du so lange weiter bearbeiten, bis du Staub hast, also Dust. Weil nämlich in Dust, äh, ist, äh, Redstone drin. In Gravel sind Diamanten und Emeralds drin. In Sand sind diese, äh, Kristalle drin, die man für Applied Energistics braucht. Und in Dust ist Redstone drin. Und Netherquartz, glaube ich, auch noch. Generell ist, ist das halt so, der Dust, so was man traurig ist. Ist manchmal in Dust doch einfach nichts drin? Ja, leider. Das war ein grausamer Moment, aber es kann theoretisch auch gar nichts drin sein. So, jetzt habe ich wieder vergessen, die Bäume neu zu setzen. Schalalala. Ah, ja, stimmt. Warum mache ich das eigentlich nicht gleich so? Ja, stimmt. Du kannst sie massenmäßig verarbeiten. Mhm. Das ist mir auch gerade erst wieder aufgeregt. Wir sind ja hier in Automate. Ich hatte in einer Versuch mal so richtig Glück und habe diese Builders Vend bekommen. Das ist so ein, äh, Mod-Item, das nochmal total selten und total schwer herzustellen ist. Mhm. Und das halt direkt zum Anfang zu kriegen, das war schon echt sehr, sehr klasse. Und dieses Item kann, wenn du irgendeine Struktur hast und die entsprechenden Sachen, um die zu bauen, in der Tasche, dann kann dir einfach mal diese Struktur duplizieren. Das heißt, du gehst halt hin, baust irgendwie dreimal drei Gravel zum Beispiel auf, hast aber noch Gravel in der Tasche und dann klickst du dann drauf und der baut entweder in der Seite noch was hin oder oben noch was hin und so weiter und so weiter. Das ist schon super praktisch. Du kannst genau solche Sachen wie diese Gravel-Aktionen extrem abkürzen. Na, das war ja jetzt sehr, sehr spannend. Ich habe mir tatsächlich, weil ich, äh, jetzt habe ich einen gigantischen Haufen Kram zerstört. Und was kam dabei raus? Darfst du mal raten. Nichts. Doch. Ein powdered Aluminium Ore, also Aluminium und ein powdered Iron Ore. Ja, ist doch schön. Also brauchen wir ganz viel mehr. Was, äh, ja. Ich glaube, wir brauchen dringend mehr Bäume. Brauchst du eigentlich noch einen Faden? Mach ich... Wieso, wieso frage ich dich das eigentlich? Ich kann den Faden doch einfach hier reintun. Wir haben doch... Wir haben... Ja, diese Gäste. Genau. Wir sind so luxuriös, wir haben sogar eine kleine Holzkiste. Nein, das ist sogar eine große Holzkiste. Und wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Setzlinge. Das ist absolut korrekt. So, ich bau jetzt immer noch diese Ecken von diesen Wänden, das sind mal diese Bremskäste. Wenn man irgendwie zufällig gerade irgendwo lang rennt, dass man da nicht rückwärts in den Abgrund rennt. Soll ja schon mal passiert sein. Viel mehr Setzlinge. und unendlich viele Kruks. Ich glaube, das ist unendlich viel... Huch, Entschuldigung. Irgendwie halten die Kruks nämlich total nicht. Die haben irgendwie eine ganz geringe Lirability nur. Ich sage viele Kruks. So viele Kruks. Diese Mauer mal gebaut ist hier beim Arbeiten. Also aus den Dingern hier nichts rausfällt, runterfällt und wir vor allem auch nicht. Ach, wer von uns würde denn runterfallen? Bitte sehr albern und unprofessionell. Ich bin ja eine ganz faule Sau. Deswegen habe ich mir auf meiner coolen G15-Tastatur jetzt diese Tastatur. Ich drücke die jetzt mal und jetzt kann ich ohne irgendetwas zu tun das einfach durchlaufen lassen und ich habe den Rhythmus so schnell eingestellt, dass der hier tatsächlich an einer wahnsinnigen Geschwindigkeit das Zeug durchhämmert. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Jawohl. Okay, gut. Das ist doch immer wieder ausmachen. Ich renne einfach mal hier im Grauen. Da ist ja noch Holz übrig. Ich habe Cobblestone. Ja, ich mache mal unsere Furnace. Ich habe auch noch einen Cobblestone, aber Furnace ist nicht schlecht. Ich habe die Furnace schon gebaut. Wir zählen unsere Gesamtanlage einfach hin. Wundervoll. Das bietet sich ja an. Achso, ich habe ja keine Achse. Ich suche mal die Achse und denke mir, hä, habe ich jetzt wieder hingelegt? Ich habe ja gar keine Achse. Das ist nämlich hier dieser, siehst du diesen gigantischen Stein, der hier ist am Boden? Den Furnace Slap? Ja. Das ist die Furnace. Ich habe sie platt getreten. Oh, wir haben auch schon Gras.